Danke, Frau Vorsitzende. In der EU leben rund 880 Millionen Menschen mit Behinderungen. Und für behinderte Menschen bedeutet Mobilität in unserer Gesellschaft, dass sie möglichst barrierefrei, unabhängig und somit selbstbestimmt ihr Leben führen können. Und zentral dabei ist es, Behinderte verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Denn der Beschäftigungsgrad von Behinderten schwankt bei den einzelnen Mitgliedsstaaten und im EU-Gesamtdurchschnitt ist er eher niedrig. Es gibt daher noch viel zu tun und viel aufzuholen. Studien belegen, dass Behinderte oft überdurchschnittliche Leistungen erbringen, wenn man sie nach ihren Fähigkeiten und Kompetenzen richtig einsetzt. Dieses Bewusstsein muss auch in der EU noch wachsen. Besonders Klein- und Mittelunternehmen kommt bei der Beschäftigung von Behinderten eine zentrale Rolle zu. Auch die Vergabe von öffentlichen Aufträgen sollte die Integration behinderter Menschen als Parameter heranziehen. Besten Dank.